so jetzt habe ich noch mal die mobilen daten ausgeschaltet damit hier nix dazwischen funkt aber jetzt ohne stabilisierung ist das jetzt hier jetzt halte ich es mal nur mit einer hand dass man jetzt mal hier alles sehen kann und gehe mal dabei ich werde gleich nochmal mit stabilisierung machen so das sind jetzt 90 megabit und 25 bilder pro sekunde am 28 12 2018 fließt fließt wie so leben